Ich konnte gerade reichen, meine Sachen zu verbessern, äh, zu verbessern, zu reparieren. Verbessern schaffe ich auch nicht mehr mit dem. Was geht mit dem? Er hat sich gefreut, weil ich ihn... Ich hoffe, du hast ihm auf Gewicht gegeben, ne? Hab ich. Okay. Das wäre wichtig, dass er nämlich alles auf Gewicht jetzt bekommt. Okay, er hat drei Truhen drauf. Mhm. Ein Bett. Bett, 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 Bett. Schließt du her? Zwei Stück oder? Vielleicht können wir uns quasi eins teilen. Ich glaube, wir können eins teilen. Wir haben doch hier eins, oder? Auf dem Floß. Können wir da... Nein. Ähm... Warte mal, wir müssen sowieso zwei, drei Sachen noch herstellen. Wir brauchen einen Wasserschlauch. Mh... Fasern Leder. Oder einen. Wir brauchen mehrere, weil wenn wir lange unterwegs sind... Ne, ich hab nur einen. Naja, das ist... Ja. Lieber mehr haben als zu wenig. Wie fühl ich den denn auf? Gehst du einfach ans Wasser und müsstest einfach im Menü, also zum Beispiel unter 8, musst du dann einfach 8 drücken. Wenn du den auf den 8er Slot legst. Naja. Naja. Genau. Hört leh. Jetzt hat leh. Ich glaube, die Lederbeutel gehen mit der Zeit leer. Wenn ich mich recht entsinne. Okay. Ich glaube, ich kann das Ding gar nicht herstellen, oder? Wer ist denn das Teil? Ein Wasserschlauch, glaube ich. Ein Wasserschlauch. Ich habe schon welche, ne? Also, ich habe 10 Stück. Okay. Kannst du das Bett nur craften? Ja. Bett. Es gibt ein Doppelbett. Das kannst du auch machen. Aber es ist schwerer, glaube ich, ne? Mach so ein einfaches Bett, das... Vielleicht eins, oder? Für uns. Ich glaube, ja. Es ist ja nur ein Spawnpunkt. Ähm. Das hätten wir... Ist eigentlich sowas wie eine Trinkflasche? Oh, kleines B. Leicht. Nee. Holzpfeiler. Kriegstrommeln. Auch cool. Mhm. Hm. Große Holzwandleuchtpistolen. Stein. Schwaches Heilmittel. Das müssten wir... Boah. Oh Mann. Wollen wir viel zu viel Zeug für. Äh. Nee. Ölkrüge gibt's. Wassergläser gibt's. Aber das machst du mit Zement. Oah. Klar. Irgendwas sonst. Ich muss... Ich zieh mir mal ganz kurz mein... Ähm... Links aus mein... Äh... Bulli. Mhm. Wir werden nämlich langsam fahren. Ja, wollen wir dann... Was sagst du? Ja, ich bin schon oben. Okay. Ach so, haben wir noch vielleicht... Äh... Ich guck noch mal ganz kurz, ob wir noch... Ähm... Äh... Wo ist das hier? Stimulantien haben. 15 noch. Perfekt. Ich komme. Äh... Ich packe hier Sachen rein, ne? Ne, vorsichtig. Mhm. Da kommen die Wasserschläuche rein. Und ein bisschen vergammeltes Essen. Und... Ich schau mir ein paar Pfeile her. Okay. Willst du ihn reiten? Boah, ist das cool. Okay. Wo gehen wir hin? Einfach Richtung Norden. Vielleicht gehen wir hier links... Siehst du da vorne den Weg hoch? Ja, ja. Übers Wasser drüber, oder? Ja, genau, genau. Sag mal, es ist echt niedrig, oder? Ja, ist schon. Boah. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mir wird es so latent schlecht. Das ist voll ein krasses Gefühl. Ach so, ja klar. Warte, reite mal, du. Mhm. Du siehst das ja ganz anders. Oh Gott, okay. Ich finde es aber cool. Ich kann das so machen. Ich habe ja Waffen dabei und so. Geil. Ähm. Ich kann ihn ja immer hochleveln, oder? Ja. Ja. Ich müsste gegenleveln. Ich weiß nicht, soll ich irgendwo rennen, oder? Ähm. So gut es... Also jetzt im Moment... Ja, vielleicht. Ja, du kannst da durch. Okay. Hat er ins Inventar genommen. Ja. Genauso wie das Fleisch? Ich frage mich. Fleisch? Er hat Fleisch im Inventar. Egal. Ach so, ja. Der hat sich doch den Vogel gesnackt. Ah. Der kleine Böse hier. Okay. Viel Ausdauer hat er ja nicht, gell? Ja, ja. Das ist normal. Aber der hat ja... Der ist Vegetarier, ne? Ich würde sagen, ja. Ich musste gerade dringend fragen, weil... Soll ich hier links, oder weiter nach oben? Äh, geh mal rechts nach. Rechts nach. Okay. Alles was groß ist, bitte früh genug Bescheid geben. Da ist ein großer Stein. Oh. Oh, keine Ausdauer mehr. Alles gut. Das ist ein Pferd. Mhm. Das ist Schwein. Stopp, warte mal. Was ist da rechts? Stopp, 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 stopp. Äh, nee, das ist nicht das, was ich gesucht habe. Doch, das ist, was ich gesucht habe. Ich bin gleich da. Okay. Also du kannst gerne gleich hinterher... Wow. Was war denn das? Ja, ich trabe mal ganz langsam vor mich hin. Ich glaube, das ist das Tier, was ich wollte. Sieht aus, wie das, was sich bewegt, wie so ein Gorilla. Ja, ja, genau. Ich glaube, es hat nur andere Farben. Abgefahren aus. Oh, es flieht, oder? Wow, das wirft nach... Was wirft das nach mir? Nein, das hat ja nichts nach mir. Oh Gott. Es hat irgendwas Giftiges nach mir geworfen. Oh, das ist natürlich weniger gut. Du bist da, okay, gut. Es ist bewusstlos, aber ich kann's... Warum kann ich's nicht öffnen? Ich kann mich nicht drum kümmern. Man muss die Bauchdecke aufschneiden. Warte mal. Meinst du so? Ah, ja, ja. Jetzt kommt's, ja. Vielleicht kann man den gar nicht zählen. Ich weiß nicht. Okay, ich komme wieder. Ne, das war ein anderes. Das sah ein bisschen anders aus. Ach Gott, wir könnten von dem Bett ja sogar ins Lager schnell reisen und wieder zurück, oder verstehe ich das falsch? Ja, aber wir lassen dann auch Sachen da. Ja, okay. Ähm, ja, ich kann da in die Richtung, oder? Ja, ja. Was läuft denn da vorne? Ähm. Ach, das ist so ein Tech-Teil. Geh mal... Kannst du links lang? Ja, hab ich auch. Okay. Mich interessiert nämlich, was da vorne ist. Ähm. Wir werden angegriffen hier. Ah ja, Oviraptor. Alles gut. Oh, du ekliger. Ne, die Lofosaurus. Entschuldige. Okay. Nein. Ich möchte gerne... Ah, äh, du musst kurz vorm Lenkrad weg. Ich gehe weg. Okay. Ja. Ja, nee. Jetzt nicht. Jetzt. Okay. Auf geht's. Also, die Lofos greifen auch an. Also, die Lofos greifen auch an. Also, ihnen an. Versuch mal... Also, die da vorne sind ja die Mangrovenwälder. Da sind ziemlich viele Schlangen und so. Ach, fuck. Hier sind überall Mangrovenwälder. Können wir die... So weit das Auge reicht. Können wir die irgendwie... Also, da rechts irgendwie nicht. Jetzt eher so in so einen Nadelwald rein. Ja, dann probieren wir das doch mal. Aber wie kommen wir da runter? Ja, weil ich glaube, hier ging das. Mhm. Hoch. Das Tier ist auch cool. Da ist zwar auch ein bisschen Nadelwald, aber nicht so viel. Da war ein Fleischfresser, oder? Der da? Äh, glaube nicht. Der hat den spitzen Zähnen da? Äh, okay. Nee, hier geht's auch nicht runter. Der hat den aufgekackt, ja. Der hat den legt da in der Kakarola. Geht's hier längst? Ja. Schon wieder. Du hast ein Dodo zertrummert. Oh, hoppala. Also, ja, ja. Kann man da lang? Probier's mal, probier's mal. Entschuldigung. Werb kurz stehen. Oder nee, lauf weiter. Ja, ja, das sind, äh, kleine Raptoren-Krieche. Oh, scheiße. Kann der nicht da runter? Ist der nicht groß genug? Oh, fuck. Ich bin runtergefallen. Hui. Ich hab'n Dilo getötet. Und hab'n Dilo getötet. Was ist jetzt los? Mir stimmt irgendwas nicht. Letzter. Wie, da runter? Meinst du, ich soll da runter springen? Ich glaube, der kann auch runterlaufen. Der hat ja lang... Der hat ja längere Beine, weißt du? Alex, ich seh'n Sarko. Boah. Mach' mich nett hungrig. Doch, kein Witz ist hier wirklich, ey. Was ist das da? Was ist der denn? Ist es auch ein Re... Ein Reiseschwein? Das ist doch auch ein Reiseschwein. Und wo ist der Sarko? Da hinten, wo ich hinziele. Im Wasser. Ja, da vorne. Achso, der ist da vorne im Wasser. Ja gut, da müssten wir aber irgendwie runter, ne? Müssten in den Wald da vorne. Meinst du, wir... Ja, ich überlasse dir das mal. Du darfst gerne mal da runter. Dann kann ich sagen, Alex war schuld. Aber ich glaube, der kann das. Es gibt nämlich Tiere, die sehr gut solche Wege laufen können. Wie sieht's mit dem Leben aus bei ihm? Nico? Leben? Bei ihm? Warte, wie kann ich das gucken? Einfach hier halten. Voll. Ah, siehst du. Oh, oh. Angriff. Oh. Angriff. Angriff. Achso, kleine Tiere. Die sind egal. Wir ziehen ihn halt einfach gar nichts ab. Ich laufe einfach mal rückwärts mit ihm. Alter, der hat den gerade weggeschossen. Komm, siehst du, wie der die wegschießt? Siehst du die unter uns? Wer hat der sich von alleine? Ich greife ihn mit Linksklick an. Achso. Da kommt ja noch einer. Da kommt ja noch einer. Ja, ja. Da kommt ja noch einer. Grüß ja. Da vorne ist eine Schlange. Nico, kannst du... Kannst du mit ihm versuchen, einfach die andere Seite zu erreichen? Ich werde versuchen, alles abzuwehren, was kommt. Ich laufe quasi vor dir mit. Ich weiß, da vorne ist eine scheiß Schlange. Hier rechts, hier rechts, oder? Ja, da passen wir nicht durch, ja. Da oben ist noch ein weißes Schwein. Das sind drei, die Logos. Ja, die sind okay. Die macht er ja weg. Die machen gar nichts. Oh, okay. Der macht sicher nichts mehr. Okay, ich kann gerne wieder drauf, wenn du magst. Achso, stimmt. Ich muss ja mal weggehen. Oh, Moment. Schlange. Jetzt ist die Schlange da. Nimm seine Zügel in die Hand. Nicht einfach gehen. Nicht am Zug... Okay, er hat mich. Ich sehe die Schlange nicht. Beweg dich weg. Er hat sie einfach getötet, Alter. Okay, wie viel Leben hat er verloren? Weil die Schlangen sind relativ... Nothing. Alter. Gut. Ich würde gerne wieder hoch. Darf ich? Ja, komm. Danke. Oh, okay. Er hat ein bisschen verloren. Keine Ahnung, 60 oder so. Ja, gut. Das ist ja... Nothing. Nothing. Ich nehme auch Sachen aus seinem Inventar raus, was er nicht braucht. Soll ich hier einfach mal geradeaus laufen, oder? Ja, ja, mach das mal. Alles, was größer als er ist, vorsichtig. Nee, wie dunkel das ist. Let's see nothing. Ja, das ist... Oh, oh. Dass man das nicht hochstellen kann. Das hörte sich gefährlich an. Nee, ich hab irgendwas noch trampeln hören. Oder? Oh. Das ist knurren. Ich höre gerade nichts mehr. Ich höre strampeln. Warte, nein. Weißt du was? Ich opfer mich jetzt. Ich gehe mal einen Schritt. Es ist rechts. Ach, das ist der Kleine hier. Das ist der Kleine hier vor mir. Der trampelt so. Der trampelt extrem. Ich gehe langsam vorne. Du siehst meinen Namen, oder? Du kannst gerne nachkommen. Ja. Augenblick. Ich sehe halt nichts. Ja, aber du siehst meinen Namen. Ich sehe so ein bisschen nichts. Ja, kann man das nicht heller stellen, ey. Wir könnten Fackeln bauen. Nico, wir könnten... Alex, ich sehe... Dann lass mich mal... Lass mich hoch. In schwarzen Bildschirm fahren, ja. Ja, ja. Lass mich gerade hoch. Ja, kannst. Äh, ich... Ach so, ja. Ich muss immer den Winkel treffen. Oh ja. Ich sehe, was du meinst. Warte mal. Ist doch die Kiste. Also, ich weiß ja nicht, ähm... ...wo ich jetzt hier runterfallen kann, oder so. Boah, ist das geil. Wir hätten eine Fackel bauen, sagen wir, Idioten. Ja, so eine Standfackel einfach auf ihm drauf. Mhm. Ja, toll. Ja, toll. Ich hatte eben meine ganzen Ressourcen abgelegt. Oh ja, jetzt kam ein bisschen Licht rein. EZ, EZ, WP. Wir warten kurz. Mhm. Jetzt kommt ein T-Rex. Während wir hier stehen wie so zwei Idioten. Wie groß ist der, wenn wir jetzt auf dieser Plattform stehen? Der passt dem vielleicht so über die Kniekeln, aber er ist fett. Echt, ist der so klein? Und der Giganotosaurus, wie der heißt? Achso, du meinst den T-Rex. Der T-Rex ist größer. Glaub ich, oder vielleicht gleich groß. Der Giganotosaurus weiß ich gar nicht mehr, der ist glaube ich nochmal größer. Hört sich ja kuschelig an. Ist es nicht. Ja, wird es jetzt hier vielleicht wieder hell? Oh, warte mal, ich habe Zugriff auf ein Inventar. Oh ja, warte mal. Interessant, dass ich jetzt Fackeln machen kann. Nein, kann ich nicht. Was fehlt mir? Stein und Feuerstein. Leck mich doch am Zeh. Die Sonne geht auf. Wenn die Sonne mal ein bisschen heller scheint, dann gehe ich runter und hole uns Stein und Feuerstein. Mh-hm. Das war's für heute.